Böse, Böse. Na, war's das? Scheint wohl so. Alter! Hey, liegt ne neue Shotgun. Ne, ist die alte. Okay. Ich hab gedacht, das wäre die Spaste oder sowas. Ne, macht ja auch ne Menge Spaß. Ganz, ganz böse. Super, dass man so viel wegsteckt. Wenn sich gerade wirklich 50 Millionen Gegner sind. Du hast keine Cajones. Arriba. Arriba, das ist mein neuer Kampfschrank. Arriba. Le, 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 le. Wo hin jetzt? Ach, wir müssen durch den Wald. Los, hier lang. Es war nur Leo. Da müssen wir rein. Ja, hier sind ganz viele Mäuse. Genau, ich sag mehrere. Wir wissen nicht, was da drin ist. Wir wissen nicht, wer da drin ist. Und mal. Oh, nee. Ist er das ernst? Allerdings. Wir haben einen Partnerluch. Da kann nichts passieren. Veteran Field Agent. Rang 8. Rang 8. Arsenal. So, was haben wir hier? Ich will eine neue Maske. Partnerlook war ganz lustig, aber jetzt wird wieder einzeln gekämpft im Patrioten-Stil. Passt irgendwie auch ein bisschen zu meinem Anzug gerade. Oh, das ist geil. Okay. Das ist ganz cool im Moment eigentlich. Hm, nehmen wir mal eine LMG. Ich habe so viel Kohle gerade. Die kostet 15.000. Ja, die wäre cool. Sparen wir noch eine Runde. Here we go. Na, komm. Nimm mal diese Ladebildschirme. Gucken wir jetzt so ein bisschen rauskrammeln werden. Zum Wald geht's hier lang. Wer ist mit einer Granate? Jawohl. Complete Annihilation. Haben wir mal einen guter Angriff. Schnell und sauber. Hallo. Mein Platz, du musst sterben. Okay, jetzt kommen zu viele. Ja, komm, das ist eine gute Position. Brecher. Geht doch. Kein Problem. Sniper, gleich vor uns. Und zack. What the hell? Warum noch von jeder Seite? Wo, wo, wo schießt denn der? Da ist doch ein Idiot. Da, genau da. Nicht mal getroffen. Scheiße, wenn ich länger im Mausoleum geblieben bin. Scheiße, Sniper. Scheiße, der hat uns nicht hier. Bewege uns. Scharfschütze eliminiert. Ehrlich mal. Wäre dir das lieber gewesen? Diese Route ist leicht, das glaubt ihr. Ich glaub dir. Boah, ist ja dramatisch geschwommen. Oh ja, die letzten Schuss in den Arsch. Boah, was the fucker? Boah, was the fucker? Boah, was the fucker? Ich könnte dich schon erstmal in den Boden richtig ownen und seine Shotgun mitnehmen. Na, die taugt auch was. Ein Freund hier? Hinter uns. Oh, cool. Die Killing Maschine. Yeah. Boah, da hinten. Nicht wirklich, vorne. Ich hab noch ordentlich Granaten. Immer großzügig verteilen. Hier drüben. Ich brauche Hilfe. Cool, cool, cool. Erfolg. Granate, in Deckung. Erfolg. Ein Scharfschütze, in Deckung. Schon wieder. Ja, klar. Boah, das wird sich da... Ja, klar. Der bewegt sich und trifft mich so präzise. Aber wenn ich das mach. Klar, wenn's mal weniger. Ich weiß nicht, wie viel wir schon gekillt haben. 500? Ich find das lustig, wenn der Snap auf einen zählt, dass der Bildschirm dann so komisch wird. Genau das mein ich. Ich muss nachladen. Okay. Boah, die Kräne. Sicherheit-Shots. Ja, 100 Stück. Boah, ey, ich liebe das, wenn die mal von der Seite kommen. Oh, der. Moment. Shotgun kann ich mit denen. Oh shit, wenn ich jetzt down geh. Erstmal ein bisschen den Weg freimachen. Komm sofort. Gut gemacht. Und tschüss. Oh, der wehrt sich ja. Weg mit dem Gesicht. Immer lustig, wie ich nur dabei zugucken. Ich will mich abschützen denn noch. Da. Okay. Sie haben Fahrzeuge losgeschickt. Also wissen Sie, dass wir da sind. Nicht stehen bleiben. Fiona, wie weit ist es noch? Nicht mehr weit. Wir müssen nicht nach dem Friedhof und in die Katakomben. Moment. Katakomben? Hier lang. Der killt so viele Viecher und hat Schiss vor Katakomben. Hm. So ganz nett hier. 19.000. Jetzt wechseln wir auf die LMG. Los geht's. Okay. Ähm. LMG. No D. Ich find die Maske passt grad so richtig gut. Gucken, was wir hier noch so haben. Immer mal so ein bisschen wechseln. Die sind alle noch gesperrt. Gucken wir wieder ganz unten. Nehmen wir die? 5.000? Hab ich gar nicht genug für. Hm. Ach komm, Smiley. Prima ist die Maske auch. Steht da noch ein B daneben. Smiley schlägt zu. Langsam müssen wir mal hier rauskommen. Hey. Oh ja. Ich hab's das Gefühl, dass die LMGs auch nicht wirklich streuen. Viel Munition. Und die machen eigentlich ordentlich Schaden. Ja, take off the Smiley. Commencing Mission now. Oh ja. LMG geht ab. Fühlt sich genauso an wie nur der stinknormale... wie ein stinknormales Maschinengewehr. Aber der lädt lange nach. Holy shit. Da brauchen wir auch mehr Munition. Der kommt kein leichter zerschossen werden vielleicht. Ich hab mich im Visier. Los jetzt. Moment. 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 Oh, na sch... Okay, da bin ich mich beweggestreut. M1 haben die jetzt sogar liegen. So. Oh, war nur immer mein Kill. Das ist die Tio. Warum beschweren die sich immer so? 38 Schuss. Ich glaube, beim nächsten Abschnitt Overkill. Da haben wir schon ein paar gekillt. Oh ja, mit einer LMG. Ich geh kaputt. Geht doch. Cool, cool, cool. Cool. Na, wo ist er? Verschwunden. Ach, da ist er hingerannt. Ich dachte, das wäre tief, Kameraden. Ja, toll. Scheiße, ich wurde getroffen. Hilf mir mal. Ja, hilf mir mal. Gefort. Fuck. Fuck. Sehr gut. Okay, hier waren wir der ganzen Sache schon wirklich einen Schritt näher. Schon wieder MMG. Jetzt werden wir wieder zu Koop gezwungen. Falte so schnell wie möglich aus und dann weiter. Oh, ich sollte aufhören, so oft nachzuladen. Ich habe 84 Schuss noch drin gehabt. Ich mache da gewohnt, bei kleinen Magazinen. Ich mache da nur noch nach, wenn es komplett leer ist. Irgendeiner muss da rumgehen. Genau in so einem... Boah. Auch so ein Leom-Dingens drin. Aber da durchkommen wir nicht. Shit. Ich werde mal rennen. Ich denke, hinten ist die Tür offen. Oh. Tolle Überraschung. Wissenst, habe ich dem den Mut weggeboxt. Hell yeah. Mensch, das fühlt sich so richtig toll an, wenn du mal einen so richtig zerstört. Können ja nicht sprechen. Fiona, wohin jetzt? Der Eingang müsste in den Keller der Kirche führen. Los jetzt. Jupp. So ist gut. Ich glaube, die Mission hat fünf Minuten gedauert. Ohne Mist. Das war richtig kurz. Die zählen uns, glaube ich, nicht in Missionen. Die zählen uns, glaube ich, in Abschnitten. Abschnitt 21. Okay. Was ich nicht gemacht habe, und das sollten wir jetzt machen, Waffen modifizieren. Jetzt kann ich hier eine andere Waffe auswählen. Ausrüstung zurücksetzen zum Arsenal. Ich habe doch gesehen, dass man da verschiedene, ähm, sag mal schnell, Kemos und so kann man freischalten. Ich kann hier nur die Waffen wechseln, aber... Hier kannst du keine Waffen kaufen, toll. Aber ich könnte die theoretische wechseln. Das muss doch gehen, irgendwo. Ausrüstung modifizieren. Gucken wir mal. Wir wechseln garantiert dann auf die M4, oder? Nee. Vielleicht kann ich einfach mit... Doch, wir haben gewechselt auf die M4, alles klar. Okay. Keine Ahnung. Man kann ja auch noch so Sachen auf die Waffen stecken und so ein Shit. Hm. Gehen wir zum Arsenal. Smiley approves. Daumen hoch. So. Schusstest drehen. Nichts. Da unten in der Ecke steht noch Aufsätze. Aha. Wir müssen nochmal auf die Waffe drücken. Gut, dass ich es herausgefunden habe. Ohne Kacke, ey. Okay, was haben wir denn hier? Mag die Waffe, ehrlich gesagt. Achog wäre ein bisschen zu übertrieben. Wird zu nah ranzoomen, aber ein Modo-Visier kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Okay, noch irgendeinen Aufsatz. Wir sind mit Granate. Mündungsbremse. Präzision wird erhöht. Agro wird erhöht. Schalldämpfer bei einer LMG. Right. Hier, Waffenskins. Boah, es gibt eine ganz schöne Menge. Wir haben gerade sowas. Dunkelgrünes? Weiß nicht genau. Ganz schön teuer. Wir haben nicht wirklich Oliv. Ich muss mal kurz gucken, wie ich aussehe. Ja, doch, so dunkel... Doch, Oliv wird passen. Doch. Oh, nein, hier. Reich wird ja nur... Das ist überhaupt nie nötig bei der Waffe. Kult. Okay. Schlangenhaut. Oh, interessant. Würde gut zu meinem Overkill-Shit passen. Grasnatter. Oh, ist gesperrt. 21 erst. Nehmen wir das, Oliv. Ganz cool eigentlich. Ja, so ein bisschen dunkler. Man kann doch garantiert noch so mal einen Granatenwerfer dran schrauben. Ich meine, da unten steht ja Aussatz für Granate. Aber ich hab's nicht. Erweitertes Magazin. Boah. Da ist eine ganze Box unten dran. Ich meine, ist es sowieso schon, aber die sind noch größer. Okay, das ist cool. Ja, das passt zum Outfit. Das ist cool. Außer die Maske vielleicht. Aber das ist ein Smiley. Das muss gehen. Okay. Ich will die Maske erst mal behalten. Ich find den Smiley cool. Okay, dann mal auf zur nächsten Mission.